jo dann kann ich ja mal anfangen mit entweder mit bau oder noch ein bisschen holz hole da ich jetzt endlich den weg zurückgefunden habe ja bauen wir ganz gut ja ja weil ich habe jetzt hier schon so einen kleinen gemüsebeet obstbeet angelegt ja ja weil wegen essen und so ja mehr habe ich ja also ich habe zwar mehr gewonnen also mehr von den einzelnen sorten weil ich konnte nicht halten ich habe hunger gehabt essen ja du wolltest hier was kleines schnippelig ist das so reicht ja klein und klein aber fein man muss nichts übertreiben so die kohle kann man da oben auffeuern dann hat er aber so tun das grüne zeug schmeißen in die kompa stadt damit du da erde machen kannst so und ich brauche jetzt erstmal nur ich hoffe mache ich ja gerade wenn man die stückchen nicht vergessen hat blumen unnützes spiel schon wieder dunkel ja die zeitrande bis hier schnell normale zeit andere ist eingestellt so boden haben wir schon mal mit ich weiß nicht was du machst ich geh schlafen nein nein gut ja einmal tauchen bitte Na dann, kurz Nächte. Jo, komm mal, eigentlich bis die Hütte steht auch erstmal hier unten stehen lassen. Dann haben wir nämlich den Spawnpunkt, falls wir nämlich mal sterben. Ne, gehst du mal? Jo. Der Experte im Sterben. Ja, aber nur ausnahmsweise. Oh, ich schnau. Oh, mach mal aus Holz. Ich sag aus Holz und nicht aus Erde. Aber auch hier hat alles gleich aus. Schrecklich. Und ich hab keine Ahnung, wie du mir diesen... ...Texture-Pack so lange klarkommst. Ein Glück war der Finger schnell genug. Und es wäre euch jetzt alle die Ohren weggeflogen. Hast du so ne... ...Nüstern-Attacke gehabt? Jo. Das hieß aber jetzt aber schade. Was? Was ist schade? Och. Naja, schauen wir mal. Ey, gehst du mal, du musst schon mehr reden, weil dir gucken die Leute zu. Ja, wenn, dann will ich's gleichmäßig bauen. Immer diese Symmetrie-Verrückten. Na gut, dann lassen wir's halt, wie sieh's. Symmetrisch-Propetrisch. Würde Grund jetzt sagen. Symmetrisch ist immer symmetrisch sein. Nein, muss es nicht. Doch mal schön, wenn's nicht symmetrisch ist. Ja, ist ja gut. Kann doch unförmig sein, ist doch scheißegal. Unförmig. So. Musste ich nur wissen, wo du den Eingang machst. Da. War was. War nicht. Da, wo ich das Loch gelassen hab. Da kommt er hin. Ja, ist Ordnung. Ich geh mal nach unten in die Höhle und brüttel mal noch so ein bisschen. Mach das immer. Alter Maulwurf. Ja. Okay, hier ist das Hell. Wo ist Hell? Äh, hier, weil wegen... da kam der Sand runter. Dann brüttel ich mich mal eine Etage tiefer. Wenn nämlich noch mehr Sand. Hast du den Kies weggehauen? Nö, den Sand hab ich weggehauen. So, was haben wir denn do? Vier, das passt. Bauer und Schwätzer, das ist gar nicht so ohne. Na ja. Gewöhnungssache. Eine Gewöhnungssache. Toll. Spritzkacke kaputt. Aber da muss ich ja an zwei Sachen gleichzeitig denken. Ja, vielleicht würde das auch erstmal helfen, wenn du ans Telefon gehst. Telefon? Ich hab kein Telefon. Bimmelt doch die ganze Zeit hinter dir. Mein Telefon klingelt anders da. Da machen Fernseher leiser. Das ist der Fernseher. Äh. Oh, technischer Hurtritt. Ich bin begeistert. Ich muss mich schon... Ein Steinspitzhacken. Ist ja nicht so, dass ich schon Eisenspitzhacken gebaut hab. Nein. Steinschwitzhacke ist Bortschritt Ja Aber mindestens Dieses Spiel, manchmal verstehe ich es nicht Manchmal zu hoch Kompliziert Zu hoch So, da kann ich weiter buddeln Abends put put Tolls tu mich effen Tolls ist nicht nett, Tolls ist nicht schön So soll ich es nicht rangehen Wer isst hier wen? Also essen tu ich dich bestimmt nicht Hier ist doch nichts dran Kann man so auch nicht sagen Außerdem kommst du südlich von Südlich von Kassel Also bist du gar kein Deutscher mehr Weil alles südlich von Kassel ist Österreich Ja klar Ja Es gibt ja nur noch eine Holztür So hast du nicht mehr Hast du kein Holz mehr Nö, das nicht Nur im anderen 1,8 Was wir hatten Wenn du da gebaut hast Oder Tür gemacht hast Gab da sind wir zwei Ja Ja es ist 1,8 1,7 Außerdem muss ich mir jetzt eh noch Steine holen Das Glas hast du in die Kiste gepackt Ja 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 habe ich Ja ich buddel mich sogar Richtung Westen Das Feld was vermeintlich leer ist aber der Zahl drauf steht Ja genau Da Das könnten wir ja ruhig ein bisschen besser sehen Was denn? Ach mit dem Glas Ja aber warum fleischst du denn? Mir war gerade nach Ja Dünn Hm Ja nix ist Ich will ja nicht sagen aber mit Kohle ist diese Karte echt zu beschissen Hm, Kohle kann man eh mehr gebrauchen Ja das stimmt So Vor allem Also ich bin jetzt hier nicht wirklich weitergekommen mit dem äh Mit der Spitzhacke Also ich habe jetzt eine Spitzhacke nur Zum Kohle raus kloppen Abraten Eine ganze Spitzhacke Ja An der richtigen Stelle findest du einfach Kohle Aber hinter der Kohle findest du dann Eisen und Ja 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 Eisen habe ich hier auch Und was So aber ich werde jetzt mal gleich zu dir kommen in die Höhle Ich brauche nämlich noch Steine So da gibt es hier mehr als genug Steine 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 Welche brauchst du denn? Auch von den Die Die grüne die reichen eigentlich Mach eh Bruchsteine draus Ja Endlich finde ich das Weswegen ich überhaupt hier unten bin Was hast du denn gesucht? Der Kies Kies Haben wir doch auch hier vor der Hütte liegen Ja aber ich brauche mehr Kies Achso So Zwei Spritzkacke Außerdem wird es eh schon wieder dunkel Ab zum Schwimmern erreicht Heidernei Wo buddelst du dich dann schon wieder rum? Wo buddelst du dich dann schon wieder rum? Na hier hinten Ich glaube hier Halt so ein kleines Kies vorkommen Kleine 20 Blöcke lang 20 Blöcke breit Und 30 hoch Oder wie? Ja Komm doch einfach mal hierher Ja Guck mal Ach da rannst du rum Ja Ja Nicht schlecht Aue Ich geh wieder Du bist doch nur erhaust Nö du warst einfach äh Im Weg Hätte ich jetzt auch gesagt Ja Tatsache Kann ja gar nicht sein Kann ja gar nicht sein Boah Nein Glaub dir eh keiner Warum nicht? Weil das Standard ist wenn wir auf die Server gehen Dann haust du mich immer erst Hm stimmt So Ich muss jetzt mal die Müllverbrennung die wir da vorne haben reaktivieren Damit man die noch reaktivieren kann Wenn du eventuell da warst Nein die ist weg Schade Tja so ist das Schon das Wasser da drauf schürt Schon das Wasser da drauf schürt Da ist eine Spritzkabel kaputt gegangen Jep Dost Das ist der Sack Dost Dost So was haben wir denn da? Ach dann machen wir ja schon wieder ein bisschen was Dann können wir ja Im nächsten Teil weiter bauen Ist schon wieder so weit Ja, weißt du wie es ist, wenn wir am Spiele sind, dann geht halt die Zeit schnell rum Ja, das stimmt wohl Ja, gut, dann Ja, in diesem Sinne Wenn das schon wieder so weit ist, dann Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen Eben Tschüss